Die EZB hat entschieden und zwar einen gewaltigen Zinsschritt 0,75. Ihr seht das hier. Es war allerdings auch so erwartet worden. Es wurde ja durchaus schon so halbwegs angekündigt von verschiedenen Stellen immer mal wieder. Also so richtig überraschend ist es sicherlich nicht. Ihr seht das hier 1,25 ist der Zinssatz hier. Es gibt natürlich noch die Landing Facility und so weiter. Ihr seht das selber. Das sind so ein paar Nuancen. Aber der wichtige Hinweis ist, jetzt doch die FED, nicht die FED, nach der FED auch die EZB mal mit einem merkbaren Zinsschritt. Und das ist etwas, was sich viele erhofft haben, nachdem die EZB bisher ja sehr, sehr zurückhaltend ist. Viele sagen, naja, da ist der Fokus wohl mehr auf den Südländern in Europa, in der Eurozone und nicht so sehr auf dem Inflationsausgleich. Jetzt zumindest da mal ein bisschen Aktion. Wenn wir gerade hier bei den Terminen sind, Initial Jobless Claims kamen auch um 14.30 Uhr schon raus. Da seht ihr also, das ist ein bisschen weniger neue Arbeitslosenerstenträge als erwartet und auch als zuvor. Also von der Seite aus zumindest mal kein Druck jetzt zusätzlich. Aber ihr seht auch, dass wir natürlich die FED am Start haben. FED-Chairman Powell redet. Und wir gucken uns das Ganze mal an, was das am Chart bedeutet. Aber bevor ich das mache, ich kriege immer wieder Fragen hierzu. Was bringen diese Videos eigentlich? Da ist ja nie konkret das und das passiert. Ich weiß, die meisten von euch sind sich darüber natürlich bewusst. Dieses Video hat nicht die Aufgabe, euch Sand in die Augen zu streuen, dass irgendjemand auf der Welt die Zukunft vorhersagen kann. Im Gegenteil. Wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Insofern, wer jetzt erhofft, Mensch Rüdiger, sag doch mal, was passiert heute Nachmittag? Der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Wer aber sagt, Mensch, wie gehe ich denn als Marktteilnehmer um auf die Bewegung? Das deutet sich ja hier im Fünf-Minuten-Chart schon an, dass das eine heftige Bewegung jetzt hier am Schluss ist. Wie machst du das als Institutioneller, als Berufshändler, der sich da täglich mit diesem Krampf auseinandersetzen muss? Das zeige ich euch natürlich gerne. Bevor ich euch meine Einschätzung für gleich zeige, möchte ich euch die Einschätzung hier vorne mal zeigen. Denn das ist zwar schon Vergangenheit, aber ist eine wunderbare Übung. Denn immer wenn ihr seht, dass der Markt stark in eine Richtung geht, Pausen macht die idealerweise nicht überschneiden, anschließend idealerweise dreiwellige oder mehrfach wackelnde Gegenbewegungen haben, wackeln deshalb damit es korrektiv ist, dann sind die Chancen, dass das, was wir vorne haben, noch mal kommen oder sogar noch mehr sehr, sehr groß. Also mein Credo ist es, euch immer wieder auf diese Situation hinzuweisen, damit ihr durch eigenes draufgucken. Denn ich kann euch natürlich jetzt meine Idee für die nächsten Minuten sagen, aber wer weiß, was heute im Spätnachmittag noch passiert, dann sollt ihr ja selber auch eine Idee haben, wie gehe ich denn damit um? Ich weiß, dass viele sagen, nee, sag mir einfach, wo ich meinen Stopp hinsetzen soll. Nee, also wer sowas will, der muss sein Geld irgendwo in eine Vermögensverwaltung, irgendwo in einen Fonds oder sonst irgendwo hin. Es macht keinen Sinn, das vorzubeten im Sinne von, das müsst ihr jetzt genau so nachmachen und jetzt alle nach links lehnen und jetzt alle rüber nach rechts. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Also insofern, wir gucken uns das jetzt mal an. Wie gehe ich jetzt als Marktteilnehmer mit der aktuellen Situation um? Die finde ich nämlich gerade wieder mega spannend. Ihr seht, das war hier so der erste Arm und jetzt haben wir natürlich auch in Reaktion auf das, was Fettchef Powell wohl gesagt hat, zudem die Situation nach Börseneröffnung. Wir sind als Reaktion nach Börsenstart steil nach oben gelaufen. Das finde ich klasse. Wir sagen dazu ein Eyecatcher. Im Prinzip ist das genauso zu sehen wie das. Ja, die Richtung ist anders. Die Länge ist anders. Ja, aber es ist eine starke Bewegungsrichtung. Und genauso wie hier irgendwann mal eine dreiwellige oder korrektive, nochmal ganz kurz eine Alternative, wer jetzt sagt, ich hätte das irgendwie so gezeichnet. Ja, aber auch das ist korrektiv. Das sind Gegentrendbewegungen. Und die Voraussetzung am Zwischentief hier, manch einer würde aggressiv vielleicht hier schon shorten, da an der Stelle Short zu gehen, ist normalerweise durchaus eine, wie ich finde, sinnvolle Idee. Jetzt schon mal der Warnhinweis. Das klappt nicht immer. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis für diese Art der Trades ist normalerweise gut. So, was wäre jetzt ideal für mich in diesem Nachmittags-Chart? Schub hoch. Jawohl, haben wir. Wackelig runter. Quasi das Pandor hier. Ob das so aussieht. Ob das so aussieht. Ob das nachher so aussieht. Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Was erwartet ihr von mir? Aber all das, wenn das passiert, wäre korrektiv. Ja, das kann auch irgendwie so. Ich mache mal alle Zeichnungen weg jetzt als nächstes, weil ich gerade sehe, dass der Kurs hier rund ist. Kann auch irgendwie so aussehen. Aber all das würde ein klarer Unterschied zwischen dieser Bewegungsrichtung und dieser Abwärtsbewegung darstellen. Und dann ist die Frage, was war die bessere, die stärkere? Dann orientiere ich mich handelsmäßig in die stärkere. Tipp, nehmt die Zwischenhochs als einen Einstieg. Viele versuchen hier oben dann reinzugehen. Viele versuchen hier unten reinzugehen. Vorsichtig. Wenn der Kurs dann da unten wegbricht, nicht unrealistisch, dann bin ich völlig falsch drin. Wenn es hier eine A, B, C gibt. Hier der Trigger für die Longseite. Ob das so kommt? Keine Ahnung. Was erwartet ihr? Aber wenn es so kommt, habe ich eine ganz klare Idee, ist das ein sinnvoller Einstieg. Man kann sich noch überlegen, Stops, häufig höre ich auch die Frage, ja, aber jetzt weiß ich auch nicht, wo ich den Stop hinsetzen muss. Das hängt natürlich auch von eurer Idee ab, ob ihr sagt, ich will mehr Trefferquote haben, dafür aber weniger Gewinn ist okay. Oder ob ihr sagt, nee, ich will, dass es richtig reinrauscht, richtig Wumms macht, wenn es in die richtige Richtung läuft. Wenn ich ein paar Mal häufiger daneben liege, ist das für mich auch okay. Zwei sehr einfache Stopp-Möglichkeiten. Hier unten drunter oder hier drunter. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, es gibt noch die 78er. Das heißt, man geht hier ein klein bisschen höher und auch hier ein klein bisschen höher. Das ist ein Thema für einen extra Beitrag vielleicht mal. Das kennen viele von euch, die regelmäßig hier meine Videos hier an dieser Stelle oder anderenorts eben sehen. Die wissen, man kann die 78er Fibu-Marke da benutzen. Das ist zwar kein Riesenunterschied, macht aber im Chance-Risiko- Verhältnis, das müsst ihr euch mal ausrechnen, enorm viel aus. So, also, aber das sind die einfachsten Stopp-Varianten und die Mindestzielgröße ist immer, dass, wenn das die erste Welle ist, der Kurs kam von oben, es ist also die erste Welle, das nochmal oder vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar viel mehr, aber das zumindest mal. Nochmal im Vergleich, das, was wir hier vorne hatten, nach dieser A-B-C-Korrektur, hier war sozusagen der Trigger, das Zwischenhoch, wie gesagt, manch einer geht auch eine aggressiveren hier ein, will ich jetzt gar nicht, will es einfach halten, dann weiß ich, Mindestziel ist hier mit Chancen auf mehr. Also, dass der Kurs da runterfällt, mit Chancen auf mehr. Das muss nicht immer sein. Wenn ihr einen engen Stopp habt, werdet ihr da auch mal ausgestoppt, das kann alles passieren, aber diese Art und Weise ist A schon mal sinnvoll, um eine Idee zu haben, was ist die bevorzugte Richtung beim Markt. Die zweite ist, ihr habt zumindest mal einen sehr einfachen Handelnsansatz, den ihr, wenn ihr wollt, mit einem Indikator nochmal verfeinern könnt, wenn ihr wollt, mit Kerzenmustern, Candlestick-Pattern hier nochmal verfeinern könnt, gibt es da irgendwo Umkehrkerzen, die ich da nochmal nutze. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier Volumen, es gibt viele Anhänger von Volumen, das ist alles machbar, wenn ihr da schon irgendwas habt, was ihr toll und schick findet, ergänzt das dazu, aber ihr habt immer die Richtung, ah, okay, ich suche wohl eher die Short-Seite. Wir machen mal den Ausflug zum DAX, schauen uns mal den an und ich gehe ruhig mal hier auf den DAX Future, obwohl ich weiß gar nicht, ob das so viel sinnvoller, müssen wir ein bisschen raus. Wir sehen, dass die Aufwärtsbewegung eben, das hatten wir gestern schon angedeutet, viele Kursüberschneidungen hat, hier interne, da, da, ihr erinnert euch vielleicht, was ich gestern dazu gesagt habe. Deshalb ist das eher etwas, was korrektiv ist. Das heißt nicht, dass das nicht steigen kann. Es ist aber für mich nicht verlockend, um zu sagen, das ist die Hauptbewegungsrichtung. Intern vielleicht schon, Schub hoch, wackelig runter. Hier sieht man es deutlicher. Mehr Schub, als wackelig runter, aber im Detail viele Überschneidungen, Kursüberschneidungen, das sollte euch eine Warnung sein, im Sinne von, ja, ich kann ja vielleicht mal die Lungenseite mitnehmen, wenn mein Indikator das sagt beispielsweise, das hängt jetzt von euch ab, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich bin da mal sehr zurückhaltend, muss ich ganz klar sagen. Entweder sieht es super aus, dann mache ich es sehr gerne, oder es sieht nicht so gut aus, dann lasse ich sogar die Finger davon, egal ob ich eine Bewegung verpasse. So, und ihr seht, offensichtlich hat der Markt das auch so gesehen, dass diese Aufwärtsseite mit diesen vielen, 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 vielen Kursüberlappungen, auch hier noch Kursüberlappungen, nicht optimal aufgestellt ist. Man hat fast den Eindruck, ist das nicht sogar dreiwellig? Könnte ich dann hier noch Short? Theoretisch ja, aber nachdem er schon so weit gefallen ist, da habe ich jetzt einen Wunsch an den Markt, dann mach doch jetzt mal bitte folgendes, nachdem du so stark gefallen bist, jawohl, die Bewegung sehe ich, mach doch hier mal wackelig hoch. Und da seht ihr, wer jetzt sagt, ja, aber wieso, beim Nasdaq hast du eben noch bullisch argumentiert, und hier argumentierst du jetzt bärisch, nämlich für die Abwärtsseite. Ich muss dazu sagen, dieses Teilstück hier ist ja auch bullisch, also so ein Zwischenlong ist ja noch möglich, aber daran seht ihr, es ist gar nicht sinnvoll, sich hier festzulegen. Ihr müsst überlegen, auf welcher Zeit ihr handelt. Handle ich auf dieser Zeit hier, dann interessiert mich das und wackele ich runter, um das zu bekommen. Da weiß ich jetzt schon, das wird ein paar Minuten dauern, vielleicht so einen halben Nachmittag rüber, ein, zwei, drei Stunden vielleicht, und dann bin ich schon da. Wenn euch das gar nicht interessiert, dann interessiert euch vielleicht das, dass er dann wackelig hier hochkommt. Das beißt sich ja nicht mal, das Bild. Ja, wir haben ja gesagt, dass es kurz hochgehen kann, und wenn es hier korrektiv hochgeht, dann weiß ich, ich habe vielleicht für die nächsten vielen Stunden, vielleicht bis morgen, sogar dieses Bild zu erwarten. Das Schicke an dieser Angelegenheit ist, ich habe, egal auf welcher Zeit eben ich unterwegs bin, immer eine Idee, was ist die Starke, was ist die Schwache. Ich muss dann manchmal solche Bewegungen eben erlauben, um das eben zu bekommen. Das heißt, ich bin bullisch und bärisch zugleich. Das hängt davon ab, auf welcher Zeit ich den Trade umsetzen will. Das Schicke ist für diejenigen, die intraday aktiv sind, sagen wir mal so, ihr habt die Möglichkeit, sowohl die ganz kurzfristigen Bewegungen mitzunehmen, zum Beispiel beim S&P 500, wenn er hier eine steile Aufwärtsbewegung macht, anschließend jetzt eine A, B, C, dann weiß ich, ich habe für die nächste Zeit einen kleinen Trade, den ich hier nochmal mitnehmen kann. Für die Freunde im 4-Stunden-Chart habe ich einen Anstieg, bekomme ich hier eine A, B, C, habe ich die Fortsetzung nach oben. Und was ist, wenn ich kein A, B, C bekomme? Das musst du mir doch jetzt schon sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wenn ich eins bekomme, dann weiß ich, habe ich hier einen Trade. Wenn ich hier wackelig bekomme, dann habe ich hier einen Trade. Bekomme ich nicht wackelig, sondern der Kurs macht das, habe ich keinen Trade. Das heißt, solange das Bild nicht zu sehen ist, habe ich auf dieser Zeitebene keinen Trade. Wenn ihr also sagt, ja, aber ich würde trotzdem gerne handeln, ja, dann geht auf diese Zeitebene oder guckt, ob im Längeren vielleicht irgendwie was zu sehen ist. Aber ihr könnt nicht sagen, ich möchte auf dieser Ebene handeln, du musst mir jetzt sagen, geh mal eben Long oder geh mal eben Short. Das könnt ihr dem Markt nicht abverlangen. Der Markt ist ja schon meistens ehrlich, indem er andeutet, was ist eher die starke, was ist eher die schwache Seite. Das ist sehr häufig erkennbar. Und wenn ihr es nicht gut genug erkennt, entweder mal auf der kleineren Ebene gucken, ob ihr da erkennen könnt, was die stärkere und die schwächere Seite ist. Und wenn ihr es nicht erkennt, macht es wie ich nichts. Zumindest mal nicht eine Trading-Position auf. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen hilft, dass ihr jetzt nachvollziehen könnt, was soll das Ganze. Also, das ist nicht hier im Sinne von, so, jetzt alle mal im Chor, jetzt gehen wir alle an der Stelle Long und am Abend haben wir 500 Euro mehr auf dem Konto. Wenn ich das wüsste, wäre schick. Das weiß ich auch nicht. Was ich aber euch gerne immer und immer wieder erzähle, warum auch immer wieder, damit ihr es euch merken könnt, damit ihr euch daran gewöhnt, um die Situation, dass eure Augen geschult werden, das selbstständig zu erkennen, damit ihr eigenständig eure Entscheidung fällen könnt, aufgrund der Basis, was ich hier gerade gezeigt habe. Und parallel wisst ihr jetzt, naja, kurzfristig bin ich durchaus auf der Suche nach Longs, wenn er hier das wahr macht, was wir bei den Indizes ja zumindest mal andeutungsweise, ich gehe jetzt mal auf Minutenbasis, vielleicht sieht man es dann noch mehr hier, dass wir hier sagen können, naja, fünfwellig hoch hätten wir ja schon mal. Jetzt wäre halt schick irgendwie sowas und dann hätten wir hier einen schönen Trigger. Ganz konkret. Also konkreter kann man es fast nicht zeichnen. Nur das haben wir noch nicht. Deshalb die Order erst, wenn er quasi hier ist, dass ich sagen kann, ah, fallende Hochs, fallende Tiefs, da ist mein Trigger, hier ist mein Stop und so weiter und so fort. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen fruchtbaren und vor allen Dingen erfolgreichen Nachmittag, dass ihr viel Spaß habt an den Märkten, sowohl mit der Übung als auch mit der Umsetzung. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.